Der Audi e-Tone Sportback-Konzept steht ganz konkret für die Zukunft von Audi in der E-Mobilität. Und das Schönste ist immer, wenn man ein Auto draußen sieht, da wo es später auch fahren wird. Und es war für mich persönlich hoch emotionales Auto draußen zu sehen, im perfekten Licht hier in der Umgebung. Und das war für mich ein ganz, ganz schöner, besonderer Augenblick. Das Auto passt hier perfekt. Ein rein elektrisches Auto, Segeln, das ist für mich eine ganz deutliche Verbindung. Aber das Besondere ist eigentlich, dass ich meine ganze Leidenschaft habe ich für das Segeln. Und die ganzen Ideen und den Kopf kriege ich immer frei, wenn ich auf meinem Boot sitze. Und das Auto ist eigentlich auch genau in so einer Situation entstanden. Und ich habe das Auto, das verrate ich im Geheimnis, hier in dem Bootshaus zur Kieler Woche 2015 wurde ich gebeten, eine Skizze zu machen. Und da habe ich das Auto eigentlich schon gezeichnet an der Wand, habe es keinem gesagt, was das ist. Und heute steht es hier, zwei Jahre später, auf der Kieler Woche und geht in zwei Jahren in Serie.